Das ist in der Läufer, ne? Ja, komm mal. Komm rein, ist es. Okay. Und was ist die Schneehalterzeichen? Hier, da hast du sie. Oh, cool. Komm an. Die wollen nicht. Ja, Corona. Und jetzt? Die Anzeige werden wieder von zu fast dann. Corona, Corona weg. Und ich dachte, du wachst dann fast schneller? Der fährt gleich, jetzt fahren wir 18 km auf. 5 und 4 Sekunden wieder. Gell? Ungefähr, ne? Ich fahr nur 18 km auf. Ja, das ist schnell für ein Aufzug. Ich dachte, das ist schneller. Das ist wie ein Aufzug. Du hast ja da etwas so brutal in den Haufen. Okay. Pass auf, bei 170 bremst du ab. Pass auf, jetzt gleich. Jetzt bremst du ab. Wärst du dann zu wackeln? Nein, ja. Ach, jetzt machst du irgendwas? Das war's. Und welches ist das jetzt, der Main Tower? Der in der Mitte da. Der große mit der Antenne oben drauf. Ja, das ist der Main Tower. Dann gehen wir hoch. Siehst du die Leute da oben? Ganz klein? Nein. Vielleicht dachte ich, dass das so ein Kreis ist oder sowas. Genau, und da gehen wir hin. Okay. Wo ist jetzt die Anzeige? Da? Wir fahren nur ein Stück Zucker. Achso. Ähm. Ja. Ja. Jetzt knackst du mir voll. Geh mal raus. Ja, da kommt ein gewisses Ding. Da ist es. Was? Gut. Jetzt leist unsere Geschwindigkeit nicht an. Das drückt jetzt in den Ohren gleich. Das ist wie wenn du fällst, Justus. Du fällst gerade. Ja. Ja. Merkst du? Ja. Ist cool. Die Anzeige ist cool. Dass sich mal wieder der Aufzug bewegt. Ja, du fällst. Das ist cool die Anzeige. Ja. Hast du alles gemerkt? Es war gut? Ja. Dritter. Jetzt bremst du auf. Die Anzeige ist für dich cool. Heftig, oder? Jetzt sind wir da. Gut. Das war's.